Harry sagt guten Morgen, heute am 31. August 2019. Es ist 10 Uhr, wir haben 27 Grad, wir haben keinen Wind, wir haben auch keine Wellen und wir haben Sonne pur hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, mit diesen Bildern und Eindrücken verabschieden wir uns dann wieder für heute und sagen, hasta mañana, bis morgen.